Moin und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid und weiter geht's nach dem Intro. Wie der Titel schon sagt, welches iPad Pro 2024 erhalte ich zum testen. Darüber freue ich mich jetzt schon. Welches das wird, das weiß ich noch nicht. Ich freue mich aber schon auf das erste Hands-On, also mein Hands-On und mein erster Eindruck. Und dann werde ich das vergleichen mit meinem iPad Pro 12,9 mit 1TB. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ganz bestimmt. Euer TechD. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, denn ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechD.